»Habt Ihr es schon gehört? Unser Pfarrer hat eine neue!« Frau Gruber steht auf dem Friedhof und zupft am Grab ihres Mannes Unkraut. Die Frauen neben ihr stellen sofort ihre Arbeit ein und hören aufmerksam zu. Frau Gruber freut sich, wie alle an ihren Lippen hängen. Ihre Nachbarin war vorhin da und hat es ihr erzählt, und die weiß immer alles. »Die kommt aus dem Fränkischen und die hat schon drei Kinder. Drei Kinder von drei verschiedenen Männern. So eine ist das.« »Nein! Wie kann der nur?« Die anderen Frauen sind empört. Dass sich ihr Pfarrer letztes Jahr hat scheiden lassen, ging eigentlich schon gar nicht. Aber das jetzt? Meint Ihr, die zieht dann hier ins Pfarrhaus ein? Die Frauen schauen sich entsetzt an. »Das geht ja gar nicht. So eine liederliche Person in Ihrem Pfarrhaus?« »Letztes Jahr hat der noch meinen Enkel getauft. Und jetzt sowas. Zu dem gehe ich nicht mehr in den Gottesdienst«, sagt Frau Gruber entschieden. »Die anderen Frauen nicken entrüstet. Und ihnen ist klar, der Pfarrer muss weg. So einen wollen Sie hier in Ihrer Gemeinde nicht haben.« Dieser kurze Satz reicht aus, um einen Menschen abzulehnen und zu verurteilen. »Niemand kennt die Lebenssituation dieser Frau. Keiner weiß, was da vielleicht für tragische Schicksale dahinterstehen. Was die Frau in ihrem Leben bereits durchgemacht haben muss. Was sie schon alles erlebt hat. All das spielt überhaupt keine Rolle. Sie ist die mit den drei Kindern von den drei Männern. Und das reicht für ein Urteil aus. In unserem Predigtext haben die Brüder von Josef auch Angst vor einem Urteil. Vor langer Zeit haben sie ihren kleinen Bruder krankenhausreif geprügelt und dann an einen Sklavenhändler nach Ägypten verkauft, weil er faul und arrogant war und weil er Frauenkleider getragen hat. Niemals hätten sie gedacht, dass Josef überleben würde, dass er in Ägypten Karriere machen würde. Und jetzt, 15 Jahre später, knien sie vor Josef, der nach dem Pharao der mächtigste Mann Ägyptens ist. Jetzt sind sie ihm ausgeliefert. Sie bitten um Vergebung. Aber sie wissen, das, was sie getan haben, ist nicht zu vergeben. Und Josef sagt zu ihnen, »Habt keine Angst. Ich bin kein Gott und nicht euer Richter. Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen.« Die Geschichte von Josef und seinen Brüdern ist so eine typische Geschichte für den Kindergottesdienst. Aber in ihr steckt so viel drin, dass wir auch aus unserem Leben kennen. Dass Menschen ausgegrenzt und verurteilt werden, weil sie nicht so sind wie die anderen. Und die Frage, wie wir damit umgehen. Die Brüder bereuen es im Nachhinein. Aber gesagt ist gesagt und getan ist getan. Josef sagt zu seinen Brüdern nicht »Vergeben und vergessen«, sondern er sagt, »Ich bin nicht euer Gott und Richter.« Josef hat seinen Weg und sein Glück gefunden, trotz allem, was ihm seine Brüder angetan haben. Er ist nicht rachsüchtig. Er verspricht seinen Brüdern sogar, sich um sie und seine Familien zu kümmern. Aber was er nicht sagt ist, »Ich vergebe euch.« Das, was seine Brüder ihm angetan haben, ist nicht entschuldbar und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Aber Josef bleibt an diesem Punkt nicht stehen. Das Leben muss weitergehen. Und er muss seinen Brüdern das Leben nicht zur Hölle machen. Das hat er nicht nötig. Und das gibt ihm auch nichts. Josef weiß, ein glückliches Leben kann man nur dann führen, wenn man versucht, gut zu anderen zu sein. Die Brüder von Josef, die Frauen auf dem Friedhof, beide haben ein Urteil gesprochen über jemand, der anders ist als sie. Ein Urteil mit Konsequenzen. Denn Unschuldige mussten darunter leiden. Vier Wochen später lernt Frau Gruber die Freundin des Pfarrers beim Metzger zufällig kennen. Eine freundliche Frau mit strahlenden Augen, die sich liebevoll um ihre kleine Tochter kümmert. Sie ist Frau Gruber sofort sympathisch. Also das hätte sie ja nicht gedacht. Wenn sie das gewusst hätte, hätte sie vielleicht nicht so über sie geredet. Und sie hat ein ganz schön schlechtes Gewissen. Am Ende der Woche liest Frau Gruber in der Zeitung, ihr Pfarrer hat die Stelle gewechselt. Von heute auf morgen. Jetzt steht das Pfarrhaus leer. Wenn Menschen anders sind als das, was für uns normal ist, dann ist das für viele ein Problem. Weil für sie jedes andere Lebenskonzept ein Angriff auf das eigene Leben ist. Ist es Angst? Ist es Neid? Ist es die Freude, sich sagen zu können, ich bin besser als der oder die? Ich weiß es nicht. Aber ich sehe, was es anrichten kann, wenn Menschen ausgegrenzt und angefeindet werden. Wenn sich Menschen Unrecht tun. Ich meine, was geht es mich an, wenn jemand anders ist als ich? Was geht es mich an, wie viele Kinder jemand hat, was er für Musik hört und ob er seinen Vorgarten pflegt? Unsere Welt könnte so schön sein, wenn wir sie uns nicht selbst gegenseitig ohne Not zur Hölle machen würden. Und wenn die Verletzungen erst da sind, dann ist es schwer, sich wieder zu versöhnen. Für viele ist es zu schwer. Aber auch hier hilft uns die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Josef kann seinen Brüdern auch nicht vergeben. Aber er sagt, ich bin nicht euer Richter. Er verhält sich anständig und lässt die Vergangenheit ruhen. Es gibt Dinge, die können nicht mehr rückgängig gemacht werden. Aber wir können versuchen, damit umzugehen. So, dass es für alle gut ist. Und aus diesen Fehlern lernen. Amen.